Wir sind die Autoren des Buchs Wir sind Verkauf und als Unternehmensberater und Wirtschaftstrainer tätig. Unser Thema ist mehr Verkaufen online und offline. So vermarkten und verkaufen Sie Ihr Unternehmen und Ihre Produkte noch besser. Mehr Geschäft, neue Kunden, mehr Zeit für das Wesentliche. Holen Sie sich Ihren Fünf-Schritte-Plan mit unserer SQ Business Analyse. In unserem Kompakt-Webinar beleuchten wir in rund 45 Minuten gemeinsam systematisch alle Aspekte rund um Ihren Verkauf und Vertrieb, sowohl online als auch offline. Dabei beurteilen Sie Ihr eigenes Geschäft und setzen sich selbst die nächsten Meilensteine für Ihr Unternehmen. Melden Sie sich jetzt an. Wir sehen uns online in unserem Webinar. Die Teilnahme ist für Sie kostenlos. Wir freuen uns schon auf Sie.